Geh wie Gema Gema Nimm Geh wie Gema Gema Geh wie Gema Da gibt's nichts passenderes Geh wie Gema Boah, ich hasse die! Achso, und Geh wie Gema Geh wie Gartenzwerge Geh wie Gema Ja, ich habe es mitbekommen! Ihr würdet gerne ein Video von mir sehen, wie ich mich über die Gema auskotze. Und ihr könnt mir glauben, ich würde es vom Herzen gerne tun. Aber erinnert ihr euch noch an die beiden Musikvideos, die ich mal gecovert habe? Glaubt mir, ich könnte euch hier wegen diesem Thema voll einen runter erzählen. Aber leider bin ich wegen der beiden Musikvideos bei der Gema gemeldet. Sie hat praktisch meine Eier im Schraubstock eingeklemmt. Aber ich wäre ja nicht Master Jam, wenn ich noch ein paar andere Einfälle übrig hätte. Heute geht es um Geh wie Gedichtanalyse. Intro Ja, jeder Schüler, der in Deutschland zur Schule gegangen ist und nicht unbedingt den Deutschunterricht geschwänzt hat, kennt dieses Thema. Gedichtanalysen. Das wird für die Zukunft und für die Gesellschaft wichtigste Thema, welches man in der Schulzeit beigebracht bekommt. Na ja, jetzt mal ganz im Ernst. Sowohl als Maler und Lackierer auf der Baustelle, als auch als Redakteur im Büro habe ich dieses Thema täglich gebraucht. Steht grad? Ne, was gibt's? Äh, in Kündert grad noch ein Gedicht reingebracht. Ich weiß, gleich Feierabend. Aber es wäre super, wenn du das nochmal schnell analysierst, ja? Oh ja, gib mal her. Gut. Uuuuuh. Nicht! Sehe das nur ich so oder ist das in der Schulzeit der größte Schwachsinn, den man beigebracht bekommt? Neben Mathematik, aber dazu komm ich ein anderer mal. Und ja, das sage ich jetzt hier gerade frei und offen, obwohl meine Lehrer vor kurzem herausgefunden haben, dass ich YouTuber bin, weil sich irgendjemand in der Oberstufe verplappert hat. Und obwohl ich letzte Woche einen Test über Gedichtanalysen geschrieben habe, dessen Note ich gerade in Gefahr bringe. Und auch sonst lebe ich gefährlich. Aber nein, jetzt mal ganz im Ernst. Wozu macht man das? Und jetzt sagt mir nicht, weil das im Lehrplan steht. Ich habe nach zwölf Jahren Deutschunterricht immer noch nicht gelernt, wie man eine Steuererklärung oder ähnliches schreibt. Aber ich kann eine Gedichtanalyse verfassen in Deutsch, Englisch, Türkisch, Französisch und Klingonisch. Und dann immer diese hirnrissige Frage. Was hat sich der Autor dabei gedacht? Der hat sich nen Scheiß dabei gedacht. Das ist wie, wenn man in 800 Jahren mein Hassalphabet interpretiert. Da kommt auch nur Dünnsch bei raus. Also, was hat Master Jam sich wohl bei diesem Werk seiner frühen Spätperiode gedacht? Irgendwer? Irgendwer? Ja, irgendwer? Ja, Michaelus, ja. Ich denke, er wollte mit diesem Video nur ausdrücken, dass er Leute verabscheut, die beim Abbiegen nicht blinken. Michaelus, es ist falsch. Vollkommen falsch. Es geht um Liebe. Es geht um Hingabe. Es geht auch um seinen Körper vollkommen nachzugeben. Nur für einen Menschen komplett da zu sein. Du verdammter Idiot! Warum kannst du das nicht? Warum kannst du nichts? Ich bring dich um! Okay, scheinbar werden meine Nachfahren von Quinks Nachfahren immer noch gepiesackt. Das ist doch gut so, du Arschloch! Und denkt an meine Worte. Spätere Schülergenerationen werden das LeFloid-Merkel-Interview interpretieren müssen. Da wette ich drauf. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Ich fände mal einen Unterrichtsblock interessant, in dem man deutsche Fremdwörter lernen und anwenden kann, die vielleicht sogar mal im Leben vorkommen könnten. Das wäre wenigstens etwas, was man vielleicht mal im Leben brauchen könnte. Außerdem gibt es nichts Attraktiveres, wie wenn man gut mit Fremdwörtern umgehen tut. Obwohl, das würde den künftigen Generationen an Schülern wohl auch nicht passen. Kompf kann voll nicht schreiben. Jetzt eine Gedichtanalyse. Michaelus, hast du gerade zugehört? Kannst du mir den Satz noch einmal in Imperativ plus Quamperfekt zweite Form wiedergeben? Aha, sie wollen mich hier mit ihren Fremdwörtern imprägnieren. Ja Leute, was ist denn eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt mir doch einen Kommentar dazu und teilt dieses Video, wenn ihr meiner Meinung seid. Außerdem könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr beim Buchstaben H sehen wollt. Unterstützt mich doch, indem ihr noch schnell hier unten oder hier unten, ich weiß es nicht, ist ja alles spiegelverkehrt, auf das grüne Däumchen klickt. Kommentare wie immer in der Endcard und ansonsten würde ich sagen, haut raus.